Nach langem Hin und Her waren Thalia und Henry aus Sicht ihrer Schwestern endlich bereit, ganz so wie es sich für Autreska gehörte, zusammen in einem Haus zu wohnen. Henry hatte dafür ein wirklich großes, irdisches Haus gewählt, um für sich und Thalia immer noch genug Freiraum zu haben. Wir werden sehen, ob dies wirklich so ist. Wow, das gefällt mir. Das nenne ich ein Haus. Ich brauche einen Plan. Warum, wenn du dich verläufst, hast du eine Ausrede? Du meinst, wenn wir bei den beiden vor dem Bett stehen? Du meinst, wenn du dich verläufst, hast du eine Ausrede? Du meinst, wenn du dich verläufst, hast du eine Ausrede?